Wenn man vor 100 Jahren in die Zukunft geguckt hätte, hätte man vieles nicht wiedererkannt. Guckt man allerdings auf die Baustelle, da hat sich relativ wenig verändert. Für uns darf das gerne ein bisschen schneller gehen. In der Baubranche verlassen sich viele Firmen auf konservative und traditionelle Methoden. Steigende Grundstückspreise, höhere Lohnkosten und Facharbeitermangel führen dazu, dass das Bauen immer teurer geworden ist. Das erfordert natürlich smarte Lösungen. Wir benutzen moderne Technologien, um im Auftrag unseren Kunden Geld und Zeit zu sparen. Es ist noch nicht ein Stein an der Baustelle gestellt und wir haben enorme Einsparungsmöglichkeiten. Als Eisfeld-Ingenieure beschäftigen wir uns seit drei Generationen mit Hochbauprojekten. Und wir waren mit die ersten vor 20 Jahren, die BIM in die Bauplanung gebracht haben. Wir erstellen einen digitalen Zwilling, an dem alle Beteiligten zusammenarbeiten und wir so eine deutliche Effizienzsteigerung erreichen. Erst planen, dann bauen. Mit BlueSprint haben wir eine digitale Möglichkeit, Objekte von vornherein zu optimieren. Das heißt einfacher, schneller und kostenoptimierter zu bauen. Durch die Mixed Reality Technologie können wir jederzeit ein Soll-Ist-Vergleich machen. Mit der HoloLens kann ich live auf alle Informationen im digitalen Zwilling zurückgreifen und gegebenenfalls Fehler erkennen und beseitigen. Wir wollten nichts dem Zufall überlassen. VarioWohnen ist für uns als Planer und Investor ein sehr wichtiges Projekt. Deshalb haben wir nach dem perfekten Partner besucht und mit Xella gefunden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 20% Kostenersparnis gegenüber herkömmlichem Bauen und 30% Zeitersparnis. Allein die Bauphase hat nur 500 Stunden gebraucht. Das wäre bei herkömmlichen Bauen das Doppelte. Das erreichen wir an der Baustelle durch Ytong Systemwandelemente. Geschosshoch, großformatig, modular und lange davor schon über die perfekte Nutzung des BIM-Modells. Selbst die Baufirma war erstaunt, wie aufgeräumt die Baustelle war. Und da hat gerade natürlich Xella und unsere Planung den Vorteil, dass wir Systemwandelemente liefern, die keinen Verschnitt haben und auch just in time eingebaut werden können. Somit eine sehr, sehr gute Lösung, um nachhaltig zu planen und zu bauen. Ja, man könnte meinen, es klappt nur auf einer grünen Wiese, aber das war im Zentrum von Kassel. Ich bin schon sehr lange dabei und da habe ich einfach festgestellt, dass das Bauen sehr traditionell ist und Veränderungen braucht. Und mir macht es einfach Freude, mit guten und verlässlichen Partnern die Zukunft zu gestalten. Wir planen Großprojekte von Brüssel bis Moskau, von Oslo bis Budapest. Vor über vier Jahren haben wir mit unserer digitalen Offensive begonnen. Wir haben schon vieles erreicht, wir haben schon vieles entdeckt, aber die Zukunft hat gerade erst begonnen.